Wir haben einen Hecht, Leute. Lasst direkt runter. Nein, der ist nicht groß. Vielleicht 80, 90. Wir haben einen Hecht, Leute. Der stürzt jetzt direkt drauf. Stopp. An dem musst du ein bisschen näher dran jetzt. Stopp. Weil wir es natürlich dunkel haben. Der Hecht ein Sichträuber ist. Er sieht natürlich nichts. Nein, noch nicht, noch nicht. Jetzt gib mal den Puls. Da kommt er schon. Noch mal nix. Da haben wir ihn. Michi räumt ab hier. Pass auf die Geberstange auf. Das ist jetzt kein großer, Leute. Scheiße. Ja, ja. Den haken wir jetzt in Wasser ab, oder? Den haken wir jetzt in Wasser ab, oder? Den haken wir jetzt in Wasser ab. Der hängt natürlich vorne im Schnabel mega gut. Da seht ihr es. Und da ist er schlapp. Zack. Quick Release, Mann. Johnny Release macht seinen Namen aller Ehre. Und ein Pintail war es. Von der Firma Quantum. Tricky Day. Die magische Farbe.